Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 7085 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ein junges Mädchen sitzt mit einem Notizbuch auf dem Sofa und macht ein Selfie. Ein junges Mädchen sitzt mit einem Notizbuch auf dem Sofa und macht ein Selfie. Meine Jeans hängen immer ordentlich auf einem Kleiderbügel. Meine Jeans hängen immer ordentlich auf einem Kleiderbügel. Meine Jeans hängen immer ordentlich auf einem Kleiderbügel. Auf meinen Social-Media-Kanälen wächst die Zahl meiner Follower stetig. Auf meinen Social-Media-Kanälen wächst die Zahl meiner Follower stetig. Es ist früh am Morgen. Ich möchte mich nicht von meinem Kissen trennen. Bei einem romantischen Abendessen schafft das Kerzenlicht eine intime Atmosphäre. Bei einem romantischen Abendessen schafft das Kerzenlicht eine intime Atmosphäre. Gedanken sind die mächtigsten Werkzeuge, die mir zur Verfügung stehen. Mit Energie und Entschlossenheit lassen sich alle Hindernisse überwinden. Mit Energie und Entschlossenheit lassen sich alle Hindernisse überwinden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.